Party on ist angesagt! Marco Maribelow hier in der Altenbrache in Rüppershausen, Bad Larswe in Siegen-Wittgenstein. Wir wollen heute hier eine Hammer-Party feiern und schauen wir doch mal rum. Hier ringsherum haben wir alle schon vorbereitet. Hinter mir seht ihr die Traverse schon aufgebaut und fangen wir mal mit dem Sound an. Hier steht ein Setup von PL-Audio mit dreimal B18 Sub pro Seite und obendrauf ein Uni-Ray Top. Ja, da drüben noch mal das gleiche Türmchen. Wir gehen mal dahinter und gucken auf das Amping. PL-Audio D10 K4 zweimal und einen neuen PL-Audio SP48. DSP-Controller für das Lautsprechermanagement. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020